Daddy, wenn du uns jetzt hören kannst, das Lied ist für dich und für Burkhard. Er sang wie ein Engel und war überall bekannt, zum Schlafen gehen, hing er die Gitarre an die Wand, doch seine Brille hat er niemals abgesinnt. Er war schlank und hatte Glück bei den Frauen, er brauchte ihnen nur in die Augen zu schauen. Wenn ihm die Brille dabei einmal störte, dann sang er so lange, bis sie ihn erhöhte. Er stieg in ein Flugzeug und grinste hinaus, oben sah die Erde überwältigend aus. Das Flugzeug stürzte ab und die Welt wartet. Das Buddy Hall ist Brille jetzt. Musik 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 Musik